So, herzlich willkommen bei Titanic im Spiel. Wir machen wieder weiter und gucken, was wir bekommen. Ein riesenhafter Alltraum. Okay. So, können wir ihn füttern? Ja. So, erstmal füttern wir ihn ja nichts mehr. Na, gut. Ein türkiger Natter. Wunderhübsch. Schöne Farben. Nee, wir füttern erstmal nichts weiter, weil wir hier... Nein, da wollen wir nichts weiter machen. Erstmal nicht. Wir wollen hier gucken, was wir reißen können. So. Okay, man kann mehrere Tinks machen. Das ist schon mal Jutti. Im Sommer. In dieser kommerschein-Wedalenschaft. Aha. Okay. Na gut. So. Unser Standard-Zieh. Da-da-da. Voll eine Schalade. Alter Lachs. Okay. Come on. Ja, da geht's. Und... da-da-da. Da-da. Da-da-da. 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 Da-da. 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 Da da. Da-da. Da-da. So. Okay. Ich hoffe, dass dieser bisschen nach der Altraum, der links vielleicht raus ist. Und dann Kronkel auch. Diese Geräusche mit diesen Auflippen, also dass die mehr im Leben haben. Das finde ich so lustig. Lustig. Und dann abgeschossen. Gedicht. Fisch. Vier Eier. Fisch. 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 Lass nochmal. Was nehmen wir, was haben wir. Jawohl! Äh, Lachse! Was haben wir, 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 was haben wir. Voll, ja, noch übergebraten. Lalalalalala. Okay, das wird eng. Wir haben es mit allen geschafft! Alter, Lachse! Wie geil das denn? Wie geil. Cool, wir können zuttern. Gut! Schönen Lala! Das ist ja völlig... Uh! Der Erwärmung ist ja schritten! Der Erschlumpf! Hat er ihn gepupst? Das fängt gleich an. Vorsicht, der platzt! Der platzt! Der schlägt hier! Was kriegst du dich denn so auf? Kann man ja mal denken! Tadaa! Okay! Nö, müssen wir noch nicht! Nein, danke! Wenn wir gerade so kriegen wollen, ist er noch schöner! Nein, jetzt nicht! So! Na gut! Ich glaube, das war's für heute erstmal! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Ich hoffe euch geht's gut! Lasst ein Abo da! Tschüss! Tschüss! Tschüss!